Frau Suta ist Spitex-Kundin und lebt zu Hause. Nach einem Treppensturz musste sie sich jedoch einer Operation unterziehen. Jetzt konnte sie das Spital verlassen. Damit sie so rasch wie möglich wieder selbstständig zu Hause leben kann, wird eine Anschlusslösung gesucht. Hierzu begibt sie sich für zwei Wochen in ein Ferienbett im Lindenhof. Ihre persönlichen Dokumente sind bereits im EPD, dem elektronischen Patientendossier, abgelegt. Inzwischen ist bereits die Verordnung für die Physiotherapie vom Spital eingetroffen. Der Termin für die erste Behandlung wird der Kundin mitgeteilt. Dieses Gespräch ist gleichzeitig eine Bedarfsabklärung, um herauszufinden, welche Unterstützung die Kundin nebst der Grundpflege zusätzlich benötigt. Dies können betreuerische oder therapeutische Anliegen sein. Die tagesverantwortliche Person erstellt so dann die Pflegeplanung und die Einsatzdefinition. Da Frau Suta bereits vor dem Spitalaufenthalt Kundin der Spitex war, kann die Pflegefachperson die vorhandenen Daten nutzen und ergänzt lediglich die neuen Ziele und Interventionen. Letztere werden in der Pflege benötigt, damit das Personal genau weiss, welche Aufgaben ihnen zugeteilt und zu erledigen sind. Alle Daten der Kundin in Zusammenhang mit den geplanten, ambulanten und stationären Leistungen werden in einem zentralen System verwaltet, dem Lindenhof Perigon. Dazu gehören die Stammdaten, Diagnosen, die Einsatzplanung, Pflegeplanung, Therapieziele, Massnahmen, Auswertungen und der Verlaufsbericht. Frau Suter ist gestern bei uns in Lindenhof eingetreten. Die Physioverordnung habe ich dem Physioteam schon zugeschickt, wie du gesehen hast. Jetzt wollte ich fragen, wie wir den Physioplan für sie gestalten und einrichten. Jetzt tauscht sich die Tagesverantwortliche und die zuständige Person der Betreuung mit der Physiotherapie aus, um abzuklären, mit welchen Interventionen das therapeutische Ziel der Kundin von der Pflege und Betreuung unterstützt werden kann. Ist die Pflegeplanung erstellt und die Einsatzdefinition gemacht, startet die Betreuung. Sobald die Pflegende das Zimmer der Kundin betritt, wird automatisch der Name der Kundin angezeigt. Gleichzeitig startet die Arbeitszeiterfassung. Mit einem Klick auf den Namen sieht die Pflegende sämtliche Leistungen, welche in diesem Zimmer noch zu erledigen sind. Ausgeführte Arbeiten quittiert sie vorzu. Spezielle Beobachtungen kann sie via Handy direkt bei den einzelnen Leistungen eintragen. Kurz vor Ende der Ferienzeit wird der Austritt geplant. Frau Suter, der Lindenhof wird verlassen, wieder nach Hause gehen und dann natürlich von der Spitex betreut wird. Welche Leistungen wird die Spitex übernehmen? Braucht es zusätzliche Dienstleistungen wie Mahlzeitendienst, Hauswirtschaft, Domizilbehandlungen der medizinischen Therapien oder sogar den Einsatz des ambulanten Tagesheims? Dank der zentralen Datenerfassung der stationären und ambulanten Dienstleistungen des Lindenhofs bleibt der Informationsfluss zwischen allen Abteilungen, die mit der Kundin in direkter Verbindung stehen, stets gewährleistet. Alle Leistungen werden umfassend aufgenommen und geplant. Jetzt sind wir zurück in eine schöne Wohnung. Mit dem neuen System, das wir jetzt haben dürfen, ist das Rapportieren und das Weitergehen viel schneller und einfacher. So dürfen wir zwischendurch mit unseren Kunden eine schöne Zeit erleben und ab und zu wieder Spiele spielen und wenn das Schönwetter ist, raus zu spazieren. Das Lindenhof Perigon ist also Planungssystem für das Personal und deren Einsätze, Abrechnungssystem für alle Abteilungen sowie Auswertungssystem mit entsprechenden Dashboards, aus welchen alle wichtigen Informationen jederzeit in der nötigen Form entnommen werden können. Das ist ein der Grund, eine gute Idee, die wir sehen, dass wir jetzt bei der Grunde, darin Party auf den Planungssystem einbringen können. Das ist auch die die Idee, die Verkäufe aus der virtuellen Reform der Kölnerfassung der Gäufe ausreibl внутри. Abrechnungssystem der Gäufe aus dem Interneterfassung der Gäufe aus den Gäufe ausstelle Das ist aber ein anderer, der Gäufe aus dem Tück warben. Das ist aber auch ein paar Jahre, die Technik und die Schreisen auf der Gäufe aus rechts oder Gäufe aussehen, Untertitelung des ZDF, 2020